Hallo, ich bin sehr dankbar für diesen Mann an der Tiere, was wir hier haben. Für mich ist es ein Zehner Tietje gewesen. Ich wollte, dass wir in der Tiere sein, dass ich voll 15 Stämme, die meine Testimonien gemacht habe. Und ich habe das Gefühl, dass ich so und so, ich probiere mich von los zu bringen, und ich hoffe es nicht. Ich habe immer ein Bindchen mit mir gemacht, weil wir in der Tiere stehen, dass wir hier überdenken, und ich hoffe, dass wir gut sind, und da war ich nicht so schön, ich schaue es noch. Ich war früher und dachte, dass ich so, wie ich das bestellte. Und dann habe ich schon mal ein Klinon abgewassen, weil gerade kann ich nicht anfangen, da sind ja verschiedene Dinge passiert. Aber ich habe mich in der Nähe, wo ich wirklich gelernt habe, dass ich das Wort beten werde. Ich bin nach der Nähe, und dann kam noch mal eine Gruppe von Ebnias, von Pallonen. Ja, von Pallonen kam noch mal nach der Kolonie, wo wir dann wohnt. Und da haben wir die Bibel stehen. Und ich bin hungrig, weil ich noch was anderes gesehen habe. Und dann hörte ich dort, wie so, ja, ist ohne, ich nehme den auch nicht ohne, aber da lehre ich dort, wie so, beten im Glauben. Und ich habe dort meine Schuld geliebt, weil ich meine Lehrer wenig begleitet, und weil die Lehre immer bettet, so wird ich geben, nicht? Und das war mir sehr wichtig. Und wo ich wirklich mal anfange, um zu beten zu Gott, wenn ich habe schöne Interessen für mich, für mich. Ich muss sagen, ich habe mich mal verbeisert in der Jugend, wenn Väter riehen, und mir alle von Tübchen drehen, und so. Eigentlich habe ich schöne Interessen. Und dann ging ich immer für mich allein, und dann knallte ich mich an, wenn ich mich selber auf irgendeinen, den ich mich nicht befreit habe. Und dann sagte ich mich, dass ich mich da drauf werde, dass ich mich nicht befreit habe. Dann bin ich mir das so unter. Und dann muss ich mich einfach runterkommen, dass du und ich das von Gott lehrst. Und du, du lehrst, wie du und du bist, Dort wird man gar nicht mehr gefragt. Wir befrieden uns. Wenn wir uns befreit haben, dann passiert ein Ding. Ich bin dann auch nicht bekehrt. Vor der Nachricht wurden wir. Da haben wir dort Tanzer, wo wir schlupen bleiben. Wir sind hier ganz schön. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich komme hier an. Ich bin ein Kind. Ich habe es mit meinem Begriff. Ich habe es mit dem Begriff. Ich bin hier in Begriff. Ich bin hier in Begriff. Und wir hatten gelernt, dass es gleich unterschiedlich ist, als unser Vater. Und ich probelte, dass unser Vater hier zu sein, aber das Ding, das Gott mich beschützt hat. Und dann hörte ich das, weil ich den Schassnern sagte, weil ich abtreibte, weil ich auftreibte. Ich sperrte bis wo die Kühe von oben kommt. Und direkt auf und die Flinte nicht los. Und dann hatte ich verarscht, ich meine Frühstunde bis ich den Tag. Am Puzzle würde ich auftreibte und die Flinte nicht los. Und dann war ich dann meine Frühstunde in den Nubach geraten. Und dann erst war ich dann Geld holen. Ich hatte bloß paar Centen, wo ich geh, und ich ging nicht nähen. Und dann war ich dann rutscham. Und dann hörte ich dann noch etwas vorher, dass ich so wenig Geld holen. Und dann war ich dann ein Zeug holen. Und dann wollte ich die Zeug holen, und ich ging nicht nähen. Und dann habe ich dann meine Frühstunde hingehen, das aufgeladen. Und dann habe ich dann die Frühstunde gehört, das zu hirn. Und ich dachte, ich muss mich nicht mehr als ich rauskriegen. Und dann stück ich mich an die andere Stur und dann kam ich nach. Und dann schaut er nach einmal. Dann war ich dann die Flinte aus, weil ich dann bin ich. Und dann hörte ich dann, wenn meine Frühstunde noch was braut. Und dann hörte ich dann, wenn meine Frühstunde noch was braut. Und dann hörte ich dann meine Schuhe. Und dann, wenn mir die Frühstunde noch was braut. Und wenn jemand noch nicht beklangt hat, dann sagst du mir das Ding noch, was mir gedacht. Und dann habe ich dann auch noch was braut. Wir wohnen in einer frischen Aussiedlung und wir können bloß danach der Halt weg verbrennen, weil wir schon aufgemacht haben. Wenn das vier nicht in den Weltland brennen, dann haben wir das auch besser. Und ich habe mit ihm einnommen, was mir geholfen wird, was wir abholen mit dem vier. Und dann haben wir das vier in den Weltland und das brennen und ich weiß, dass wir uns hier haben und das wird wohl viel geben. Das ist eine sehr gute Mutter für mich. Das ist mein Strufkasten. Und mein Arbeiter, ich fang die noch nicht. Und dann, dann sehe ich das, was unser Vater ist. Und meine Gedanken, wie ich Gott soll mich helfen. Und was passiert dann? Dass die Reihen immer ein bisschen los ist. Dass wir die Bläde anwalt, dass wir ein Warten nicht viel. Halleluja. Und in der Heron wurde, ja, in der Heron wurde ich. Later Zeit habe ich mich bekeert. Und dann habe ich verstanden, dass die Leute hier entspannen. Du, du machst mein Platz. Halleluja. Dann dachte ich mir dort, oh, was passiert mir? Woran die Fläden nicht will ausgehen und alles. Wenn die Leute sterben für mich. Ich dürfte nicht sterben. Die Leute sterben für mich. Die Leute sterben für mich. Ja. Ja. Und das hat dann gesagt, viele Dinge passiert. Und wo ich wirklich auch dort erfuhren, wo Gott da, vor allem die Leute nicht blöste, wo die, wo wir am Nefrieren und die Leute eben dort, dort wo ans Herz sich weint. Und dann kann ich nicht viel anscheinend sein. Ich kann auch nicht viel schaufen. Und dann, wie du dann mal fährst, ich den Kämmer voll anbrach, ich die Toe. Und wenn ich nicht können, in irgendwelchen Arbeit da und mal fährst, dass ich dann auch in den Regen scharben, dass ich mir das auch nicht so benannt habe. Die Menschen besparten mich. in den Glauben, wo ich für keine Gefahr heute. Und dann habe ich gesagt, ich sei da. Das Mensch, der wollte noch wohl ohne dich. Und dann, ich fährte für mich, sei da. Wenn ich kann nie ein Kombinierter haben, in Form von einer stehen und ohne stehen, dann trage ich rein. Und das bedeutet, mein Leben erwartet bis einmal schwanger, schließlich, ich kann nicht sagen, wenn ich noch will. Wenn ich noch will, wenn ich noch will, dann muss ich, du verloot mich, wenn du, du hörst, immer wir keinen Sinn. Und dann, und dann, so Leute, die da waren, fuhren wir trocken, wie von der Ökneer war. Und dann, die Kieren mir auch. Und dann, die das nicht so erlauben. Und dann, habe ich in den Karmann nicht gedacht, wo ich gedacht habe. Und, und, wo ich immer sagen will, Gott, der der, der der, der der, wenn wir an einem Glauben, der, 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 der der der, der der, da ist es für mich, so ein degenerроf, wo die, die erfurt und, die eine Verletzung, die wahrscheinlich belki, von uns und wir können uns ab dem verlaten. Und dann habe ich auch verschiedenste Dächtigungen wie, du kennst, du kennst, du kennst, du kennst du ein Mannler von Brasil, du hattest einen Ufen, wo du die Umbildung geholt und es steht nach Maia. Nach Maia, ja, die Umbildung zum Sehen und es steht. Und dann haben wir uns auch noch ein Ferien, wo wir die Bete haben und es steht. Und wir gingen noch ein Ferien mit meiner Frau, und wir haben uns gebeten. Wir haben uns gebeten und wir waren wahnsinnig gut mit ihnen. Und dann haben wir gebeten und dann gebeten uns. Und dann haben wir uns gebeten und wir haben uns gebeten, das Wort von Bogen und Rolf für den Tempel anzunehmen. Wow. Bereil, da war ein Abwort von den Beden. Er sagte, ich saß mit vier Frauen vom Himmel und die kommen die unten an. Und die sind getoffen mit vier, mit den Helden. Und das war so schön. Und die haben erst, die haben die Profite da und die haben die sind verschiedenste Zeit und Tage gegangen, aber wir haben so viele Kampfe noch geholt, wo Menschen kommen und schaden sich über uns, wo wir sagen, die Schwester oder eine andere Person, die sich anzunehmen. Und wir proben dann immer, die zu helfen. Und was ich meine war, wie ich sehe, die Menschen, was ich da alles norschrifft, werden immer sagen, so ein Beten, dass wir dann gebeten werden. Und die nächste Person, mit der selben Person, die kam auch in den Schäden, der war natürlich immer anders, wie man gerne redet hat. Wir haben auf verschiedenste, das ist dort beleuchtet. Und wo wir dann folgen, wo Gott ansprachen da. Und es ist dort auch mein Ding, wo wir wirklich haben die Folgen, wo Gott mit uns erst ans Kroo führte. Und das eine soll es sein. Und meine Frühe, die fuhlen mich. Wir hatten eine lange Räse. Da saß ich ständig vor, an der eine Räse. Und ich wollte mich, dass ich mich fertig der Briggs-Fan abfüchse, wie ich das tue, das Tammanker-Bei. Und dann habe ich in der Stadt die Räder alle... Ich bin fertig, die Räder alle los. Leute an der Briggs schoffen. Und dann fuhlte meine Frühe und sagte, sie... Er passiert erst, weil sie... Sie fällt zu einem Damm, weil er dort hart war. Und sie kriegten eine große... große Depression. Und dann sag ich, ich war... Ich war so schön, ich wollte Räder anhanden, weil ich in den Haus komme. Weil ich euch da anhand fahre. Und dann sagte er, wenn ich so wach jetzt, dann... Da wachst du mir auch nicht lebendig sein. Und... Und dann behe ich dir zu Gott. Und dann... Und dann fuhlte ich dann... Dein Prädiat, wo du dann anstabst. Weil ich den abweiten, und fuhlte dich an. Und dann fuhlte mich unten an. Und dann fuhlte mich unten an, bis das... Der Wieser schlägt. Du musst, was du tun. Und ich... Da habe ich zu schwinden, wo ich... Wo ich... Wo ich... Und dann fuhlte ich... Und dann fuhlte ich... Und dann fuhlte ich... Du hattest kein Reich. Und meine Früh, der wart nicht sterben. Amen. Und ich hatte gewöhnlich normal, wo ich vorhanden würde, wo ich meist nicht stehen würde, aber ich hatte acht Minuten, hatte ich dann gebraucht. Ich war noch abgeregt, ich hatte Musik gelöten, ich beden, ich war seltsam, was ich gefühlt. Und das sagte ich nur noch, ich zeigte den Audio, ich lese heute den Pastor, ich bin acht Minuten. Und das ist wahrlich, ich zeigte, ich zeigte es wieder. Ich bin im Frühjahr am Stollen und hab den Kopf am Bad, der liegt ganz, der wisst Gott. Und dann zeigte ich die Unfall, die sind ja im Namen. Ich konnte die Mutter auf, die sich auf und ich konnte nicht sparen, was ich nicht erwartet. Und dann einfach, ja, wird Gott da sein. Und dann, als ich auf dem Kassel-Pesker kam, ich war ein Klima-Matheter, wo ich von dem Winter auswählen wollte, wird Gott da sein. Ich konnte nicht hier mit mir erheben, ich konnte nicht sagen, was Gott da ist, wo ich jetzt bin. Da war eine Person, die Maia-Amoe zu mir sagte, verarmt wir jetzt noch aus der Halle. Da hat die Maia-Amoe meine Rute gefragt, wo kann ich dort tun? Und ich hatte die Maia-Amoe gebrochen, die sagte, für mich ist das schöne Rute, das ich mag in der Halle, wenn ich ein Leben in der Halle sagte. Und wenn ich mit einem Reitere will, dann ich zurückkehlt, dann wenn ich die Nachhol zurückkehlt, dann habe ich, dann sagte ich, ich console, dann bin ich auf ein Stückchen, dann habe ich dort einen Mann bei mir gesagt, dass meine Rute und die Familie wurde in der Hand und der Polizei sagte, dass meine Rute intellectual ist, mir das auch alles gut nicht bringen und Und ich habe mir etwas, was ich, als ich das habe, habe ich da gelernt. dann sagst du, dass du die Matruz bist. Nur, vor allem, du sagst, du bist in der Hall. Und dann ging ich, ich kann nicht aussehen, Menschen, die du bist, die in der Halle sind, und dann ging ich eigentlich reden, weil ich leider davon bin, und dann ist es dann, ich kenn, dass du nur die Botschaft, dass du die Sehendeiden und die Umgebung, den Vater nur fährt, wenn du gebührt hast, dann sag ich, dass der Mund dich verlässt. Dort kloppert hier und sagt, das geht nicht, das geht nicht, dass die Menschen was verlohten, weil das geht nicht. Ich bin hier runter und muss nach dem Bett ran, dann kann ich den anderen, der erschroppt sich, dass ich ihn anfraubt und sage, ich sage, ich will drei, komm. No, 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 no. Und dann sage ich, no, komm, ich will mal mitkommen. Sagt, ich sage, ich gehe, ich hoffe, no, no. Und dann sage ich, wenn 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 ich komme in Haupen am Greden- dann wurde er, wurde er schließlich. Und dann, und dann, und ich wollte all das, wort man die richtige Kraft war. Und ichожалуйста, die, der, der wo in der tin заг contene. Und dann, und ich wollte es, wenn der90ours war. Und dann sagt man Cap in derhartene Teil der Leere, man weiß, wo es zur Leere ist. Ich könnte nicht, ich würde sie nicht allein sein, wie ich so stumpf. Und dann weiß ich, bis sie sollen kommen. Und dann kamen alle rund um mich. Ich weiß nicht, wo ich angefangen habe, aber ich fing an zu beten. Und ich sah, ich schneide auf. Und ich sah einfach, ich schaue den Dieben weg. Und dann war ich an, ich hatte die Brille mit meinem Holz zurück. Wo ich dankbar versehen, der Mensch, der weiß nicht, der Himmel ist verarmt. Und wenn ich dann ihr frei habe, dann gehe ich zu sie. Ich fahle mich aus einem ausgebringten Karte, wo ich in die Brücke drin war, und ich fahle mich. Das ist doch voll an mich. Und dann werden die andere Lehrer, die beten, um das Amt zu helfen, und du bekierst dich da. Und dort erst wurde die Jazz da, weil wir uns brückenluten von Amt. Und ich hatte der letzte Zeit sehr, sehr wichtig zu sagen, was wir sagen, was wir reden, wenn wir die Hand kraft. Wir wollten drei Minuten zum hierher fahren. Wir kriegen über den wie früher meine älteren Papier. und da haben wir gefragt, wieso wir ganz oi buchen. Und da fand ich mein Papa und wir wollten nichts beteiligen. Wir wollten in der Städte kommen, und wir wollten nicht mehr in Kanada. Und dann fragten wir die Kanada, wo wir sagen, ich fahle mich ein Tasch. die Papiere und die Papiere wollen uns nicht schenken, weil ich vertriebe da ab. Aber ich war bei der originalen Papiere wollen uns nicht schenken. und ich wollte ihnen auch sagen, dass meine Mama heute gesagt hat, man sie kann mählen, sie würde alles sie würde so viel downloaden, alle ganze Teile, wie ich wohnt. Wo hat mich voll. Lange haben wir geschlafen, wo hat mich voll. Dort konnte man mir nicht nur sagen. Und ich da von der Impressor schochen, kriege ich den hier. Ich habe den hier, nach meiner Mama heute gesagt. Wenn wir nicht gleich kommen, dort sind wir dort, und wir müssen Freude und Geld machen. Als sie gesagt haben, dass ich nicht antwortet, ist, aber alle Leute enttäuschen von dort. Dort gibt eine Säuregräut, eine Säurefüll und dann sperr ich auch selbst, dort würde alle nicht schaffen. die sind vor dem accident. Ich fuhr und habe einen hängen und vor ich dort weit wohin. wo wir leben 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 nicht sein. Ich lange traf ich vor ich vor vor ich ich vor vor ich vor 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 und dann sagte ich vor ich vor ich ich vorn und wie Die Maske schützt uns unter den Trab, mit einem 40-Jährigen-Drum. Und dann, wenn wir von der Heidehof kommen, dann weiter ich nicht. Das war immer weiter, dann habe ich sie in Wachstelle. Aber wir haben die 40-Jährigen geblieben. Das heißt, wir haben die Künstler. Aber wir haben gerade wieder die Beschützung. Und dort folgt, dass wir in der Böse-Mau von dem Fluch haben wir erschrocken. Ich wollte nicht sagen, ob meine älteren, meine Mauer, was ich sonst gesagt habe. Und ich hätte ihn nicht gehört. Vielleicht haben ohne sich die Dichtliche mehr. Aber ein Läut mich erschrocken. Und er hörte den Diebel in die Vollen um. Und ich dachte so, ja, diesen Mensch, der läuft doch nicht. Der lässt sich nicht erschrocken. Und der war mir nicht tot. Und dann fuhren wir dann ein Tag mit meinem Schwäufer, mit dem Santa Cruz. Und wir haben jetzt mal die Papiere geschrocken. Und dann habe ich da nichts zu tun. Und dann sehe ich, so, nichts zu tun. Der Böse-Mau. Der Diebelste, der ansprang tröbeln, hat nur ein Ein. Und das schneiden wir auch. Wir gehen mal ganz in die Friede, mal ganz in den Kro. Und das wird alles erschrocken. Und dann habe ich viel. Viel, was wir vorhin haben. Auch Küche. Viel habe ich gebeten. Und dann haben die Leute, die haben wir dann in den Spielen. Wo das singen, wann du kommst, kommst. Wann ich komm, kommst, ich hab ich klein. Das ist das, was wir hier singen. Und das hat Jesaja viel gesagt. Das ist das, was wir sagen. Und ich habe auch gehört, im Gebet. Und das flog bis alle so fern. Und ja, und an der ganze Zeit, was wir dann reiten, ja, andeuten. Wo ich, was für mich ist, sah ich gerade die Bauterfass, dass wir oft reiten, ja, mal die Papiere. Ich habe dann etwa drei Jahre, wo ich auch bis zuhaarieren gehört. Und sah ich viel bis abgeschrieben, wo ich auch Produkten nicht gebar. Obwohl, ich schülle hier nicht. Und ich habe mich, ich habe mich in die Zeit gesagt, wer an das Werk dann gut befallen. Und ich habe mich gefragt, wofür Dinge, wofür Dinge eigentlichein ich habe, abzufüchsen. Nach dem 9.00 und dem 2.00 und dem 2.00 und dem 2.00. Und du habe Gott sei viel zu mir geredet. Wenn eigentlichein ich sage, an das Werk, dann würde ich auch fliehen. Wenn ich nicht gesagt habe, wenn ich im Saßwerk sterbe, was würde ich dann tun? Ich versuchte alles abzufüchsen. Und ich habe da verlaufen, und ich konnte so viel, was ich abfüchsen. Ich konnte nicht wissen, dass ich so viele Menschen will. Und es wäre auch Dinge, wo ich wirklich nicht mehr andenken würde. Und ich habe dann nicht alles gekriegt. Und ich wollte nur noch, wo Gott mir sagen würde, wo die Gäste mir reden würde. Wenn ich auf der Dach sehen würde, dass wir sterben würden, dann würde ich nicht nach der Zeit sehen, dass wir noch kein Ehepunkt oder alles was nach Beton oder Fadern oder alles was. Dort hast du dann ein. Und was mir wichtig ist, dass wir uns nie räumen würden. Nie habe ich genug Zeit. Und was vermutlich noch eine Säger der Bauterf ist, wir haben geprüft, dass wir mit Erntaub hierher fahren und wir haben ein Ticket zu kaufen geleckt. Und dann war das ein, dass wir die Eier haben. Wir fliegen wollen, und dann kam der Rüte, dass seine Frühen nicht hat den Eter gekriegt. Und dann haben wir verarscht, die Kampfen, die Bär. Und dann kam der Rüte, und dann kam der Rüte, und wir waren in den Schatten, und wir mussten bis drei bleiben. Und dann habe ich das, und dann habe ich die Gäste zu mir geredet, wo war der Zahn, und ich war noch ein Jahrtaufer in den Himmel gegangen. Und du warst der Zahn, einer von dir nicht kennen, blieb drei. Oder du kannst drei bleiben, die nicht kennen für mich gegangen. Oder sogar deine Älderen könnten drei bleiben, und sie gehen. wo war's ans Leben. Du darfst, du darfst dir jetzt die Säufer zu mir sagen. Wir holen, ihr wart vor diesen Dollar, jeder hat die Package hier gekauft, und wir wollen mein Ehrenthalb vorhin. Du wirst nichts zu dem. Sie müssen bis drei bleiben, wir können vorhin. Er kann mir nicht glauben, wir können vorhin, sie müssen drei bleiben, dass er ans Leut, dass er ans Säufer wollte. Und wenn die Jäste auf Säufer fehlt, eine Säuergeräute Predigt, die ganze Zeit hat eine Säuerhundsche Predigt gehört, ihr war ans Leben. Wo sind wir? Wo wir bereit sind, wenn Gott immer was die Menschen hinter dir durchlaufen, wo wir da mitnehmen gehen, oder wo wir drei bleiben. von der aus den Jäuten die 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 vor sonst die 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 wurden